Woche 24 Mit dem Heiligen keine inneren Löcher füllen Der mentale Lärm lässt den Menschen einen Mangel erleben, welchen man glaubt, ergänzen und anreichern zu müssen, mit angehäuftem Wissen, Anerkennung von anderen Menschen, akquirierten Gütern, einem bequemen Abstellplatz für den Körper, in Klammer Zuhause, liebenden Familienmitgliedern und Freunden. Doch im Rennen in die Wüste hinaus kommt man der Vater Morgana nicht näher. Der innere Weg proklamiert nicht, dass man diese Dinge aufgeben müsse. Man verliert nur den Glauben an ihr Auffüllungspotenzial. Es wäre ein frustrierter Versuch zu glauben, durch diese körperlichen Aggregatszustände ein vollständigeres Selbstgefühl zu erhalten. Es braucht den Moment, den Gnadenschock, welcher diese falsche Ordnung, dieses aufgeblähte, übergestülpte System der seichten Annehmlichkeit durcheinanderbringt. Dies ist der Moment, in dem durch die Ignoranz hindurch das Leiden erst wieder wahrgenommen wird. Leiden ist normalerweise kein offensichtlicher Zustand. Es verbarg sich im Schlaf. Im erkannten Leiden vermag sich die alte Struktur der Scheinauffüllung von außen her nicht mehr fortzusetzen. Was bleibt dem Menschen, wenn all das, was sein Leben ausmachte, seinen Lebensinhalt darstellte, verschwunden ist? Wenn es nicht augenblicklich tief in einem aufschreit, alles, dann wäre mir das Einlassen auf irgendeine Beschäftigung, auf Beziehung oder Gemeinschaft mit anderen Menschen ein gefährliches Unternehmen. Denn all dies wäre nur ein Auffüllungsversuch einer inneren Leere. Im Loch eigener Bedürftigkeit benutzt man Dinge und Menschen, um sich aufzufüllen. Das mündet ein in eine unfreie Beziehung. In innerlich erfüllte Liebe zu Radha Krishna, die sich ihr Fundament nicht an den Dingen im Außen erbaut, dient man einfach, ununterbrochen und glückselig. Wer in der Religion nicht Wahrheit, sondern Geselligkeit oder ein Verbundenheitsgefühl mit einer Gruppe sucht, instrumentalisiert sie, um der eigenen Einsamkeit und Ohnmacht zu entgehen. Der Weg der kompromisslosen Wahrheitssuche betrachtet erst einmal die eigenen Löcher, anstatt sie vorschnell mit Heiligem aufzufüllen. Im Einladen eigener Bedürftigkeit verliert diese ihre Wucht und auch die Sucht, sich als heiliges Interesse auszugeben. Jedes Ich hat eine Nabelschnur ins Äußere geschaffen und glaubt, irgendeine Form von Lebenssaft aus dieser Außenwelt zu erhalten und denkt, wenn dieser Saft versiegen würde, würde man sterben. Ganz früh haben wir begonnen, diese Vorstellungswelt aufzubauen. Man muss aber aus der Trance aufwachen, dass man eine Nabelschnur zur äußeren Welt bräuchte, um genährt zu sein. Es braucht die Radikalität, die Nabelschnur zu durchtrennen und die Aufmerksamkeit von dem äußeren Geschehen zurückzunehmen. Man ist eine unvergängliche Seele und es besteht keine Notwendigkeit für den verbissenen Kampf um Lebenssaft im Außen. Die Sinne sind betäubt, über die Nabelschnur nach außen Nahrung in Form von Sinnesreizen erhalten zu können, was den vermeintlichen inneren Mangel beheben sollte. Dann legt man sich potenzielle Reservoirs in der Außenwelt zu. Haus, Partner, Kinder, die man anzapfen kann und zu denen man sagt, ich liebe, aber es ist ein, ich brauche. Das Resultat sind Verlustängste, die das offensichtlich zu geschehen Habende aufzuhalten und das Unvermeidbare zu vermeiden suchen. Es braucht den Mut, die Nabelschnur wirklich zu durchtrennen, im Vertrauen danach noch immer ernährt zu werden.